So, herzlich willkommen zu einem weiteren Champions Crate 4 Opening in Rocket League. Ich habe heute sechs Kisten und nachher nochmal zwei und die machen alle auf, in der Hoffnung, dass wir entweder ein neues Blackmagazin, was übelst cool wäre, oder den neuen Octane oder irgendwas von den Importsachen. Irgendwas, die Oxidex sind natürlich auch nix, ne? Ja, zum Beispiel das hier, FSL, die ist ja, fängt so gut an. Die Übels sind extrem alles, die gefallen mir. Jawoll, die haben was auf einem schönen roten Cover. Passt wahrscheinlich nicht ganz so gut zu einem Alpha-Zeug, aber die Übels sind schön, das ist ein guter Start. RIP. Aber Kilowatt ist aber gar nicht mal so schlecht. Das ist halt auch nicht schlecht. Das ist nice. Könnte sogar vielleicht das wert sein. Weil eben hätte jemand danach gefragt, ob ich das sage. Aber hatte ich nicht, weil man muss erst unboxen von uns hatten. Der macht nix. Und Spirales. Oder? Jawoll, okay. Die sind auch ganz gut. Certified sogar. Der läuft. Schauen wir mal, was da drauf ist. Spirales. Hier sind die FSL. Drum, drum, drum. Spirales. Turtle. Na, okay. Gebäschere. Aber ich will mich nicht beschweren, ne? Drei Kisten haben wir noch. In der Hoffnung auf ein Black Market. Das ist kein Black Market. Das Ding habt ihr auch schon gefühlt 30 Mal gezogen. Juckt das Ding halt auch nicht. Certified. Was hilft es mir? Zwei Kisten noch. Noch mal Glück herausfordern. Wir schauen, was es gibt. Sabbat Octane. Noch ein Octane. Proton. Distortion. Ja, nein. Spirales wäre natürlich besser gewesen. Aber ich will mich nicht beschweren. Und die letzte Case. Ich glaube, wir haben... Doch, wir haben ein Rare gezogen. Oh, das ist bis jetzt fünf Kisten. Das ist eigentlich ganz gut. Oh, man. Der Octane wäre es natürlich gewesen. Aber es ist halt auch nicht schlecht. Wir haben mit einem Rare gezogen. Auch Zeit erfährt. Aber das sagt der Eckern. Das ist halt eigentlich mal so schlecht. Ich schau mal, ob wir irgendwas von Trait up'n können. Zivis 4. Ne, will ich eigentlich nicht. Weil ich die Spirales nicht draufgeben möchte. Es sei denn, wir können hier noch einen normalen Trait up'n machen. Aber... Jetzt sieht er, das ist Zivis 3. Ne, können wir auch nicht. Schade, schade. Naja, dann war es das hierzu. Ich hänge noch zwei Clips hinten dran, die ich zwischendurch auch gemacht habe. Ein paar Kisten. Die ich gedroppt bekommen habe. Und dann viel Spaß dabei. Wenn ihr Lust habt, gerne einen Follow. Oder... Also was? Follow? Ist ja eigentlich nicht auf Tisch. Gerne einen Sub oder einen Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Willst du es sehen? Ich bleib mal kurz sehen. Und es rollt. Ich weiss, wie mein Leben. Hm? Black Market Spirales und es bleibt Gizmo Mean Streak stehen. Dankeschön. So, hab ich fertig. Ja, ich bin fertig. Ja, ich auch. Achso, dann zähl runter. 3, 2, 1, go. Ratter, ratter, ratter. Ich will einfach nur... Scheiß auf Black Market, ich will nur Octane. LOL! Was hast du gekriegt? Ich kann es dir auch sagen. Roadhog Worldfire. Roadhog Worldfire? Das ist cool. Weißt du, was ich gekriegt habe? Spirales Painted. Was? Ja, aber... Was schlimmer ist, die sehen halt nicht wirklich anders aus als die Standard. Was sind die denn Painted? Welche Farbe? Safron. Das sieht halt fast nicht anders aus. Mal live. Warte, ich zeig dir dir. Ich warte, ich nehme ein Auto, wo das vielleicht ansatzweise dazu passt. Guck, pass auf. Das hier sind die Standard. Und das sind die Painted. Was? Mach nochmal den anderen. Das ist Painted. Und das ist Standard. Alter, der innere Leuchtkreis ist farbig. Genau. Der innere Leuchtkreis ist farbig. Aber das E jetzt weiß und gelb ist, das ist ein E-Way. Ja, es ist halt echt... Schade. Es wäre jetzt cool gewesen, wenn es jetzt irgendwie irgendwas anderes Painted gewesen wäre. Aber es ist schon geil, dass es Painted überhaupt ist. Die sind so schon genug gehört wahrscheinlich. Ja. Es wäre gut gewesen. Ciao. 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 distortionale reDie miefolde. Ba peut? wie Ja. TT Untertitelung des ZDF, 2020